Und ich sage es gern auch an dieser Stelle, ich habe es schon oft gesagt, eine CDU mit dieser Position ist für uns nicht koalitionsfähig. Wir haben ein schönes Plakat, ab dem CDU und raus bist du, das entfallt jetzt bezogen auf die Koalition auch eine interessante Bedeutung. Die hatte ich mir bis gestern Abend noch gar nicht vergegenwärtigt. Unser Wahlplakat, dieses Wahlplakat, das verspreche ich aller Liegen, das würde ich eigenständig überall dort, wo ich es sehe, abreißen, wenn die CDU in Nordrhein-Westfalen noch vor der Wahl endlich einsieht, dass unser fliegiges System leistungsweinlich ungerecht und beschämt wird. Wenn diese CDU endlich Schulfrieden stiften würde, statt alltid Abendkämpfe zu führen. Unser Konzept, unser frütes Konzept zu den Schulen der Zukunft unterscheidet sich von allen anderen Parteien. Die CDU hat kein Ziel, die ist völlig verwirrt, die FDP hat das falsche Ziel, sie will die Gymnasien abschocken und von Illusionen ist da keine Spur, dass Deutschland eine UN-Konvention unterschrieben hat. Das interessiert die FDP hier in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht. SPD und Linkspartei nennen richtige Ziele, aber die SPD bleibt schwammig beim Weg und die Linkspartei ist mit ihrem Zentralismus und ihrer Zerstörungsrhetorik ebenfalls auf dem Kriegsfahrt und auf dem Holzsee. Wir wollen eine leistungsfähige gemeinsame Schule für alle Kinder und das schließt Kinder mit Behinderung ausdrücklich ein. Wir wollen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung konsequent umsetzen. Und unseren Weg der Schulentwicklung hin zur Integration, hin zur Inklusion, den wollen wir, wie gesagt, vor Ort gestalten. Und dann wollen wir, ich habe es schon angesprochen, wie wichtig das ist, dann wollen wir eben vor Ort die Schulen, die sich auf den Weg machen, unterstützen mit kleinen Klassen, mit zusätzlichen Ressourcen, mit Fortbildungsbudgets, damit sozusagen der Schritt der Paradigmenwechsel, der im Kopf stattfinden muss, dann auch in den Kollegen, in den Schulen, in den Lernorten stattfinden kann. Nur so wird da, glaube ich, ein Schultraus, dass es gelingen kann und wir haben uns vorgenommen, das ist ehrgeizig, 10% der Schulen aller Schulformen pro Jahr auf diesem Weg hin zur Integration, hin zur Inklusion zu unterstützen. Diese Schule der Zukunft ist leistungsstark, weil sie kein Kind beschämt, zurücklässt, aussortiert. Alle Kinder können ihre Talente optimal entfalten. Lisa und Aische, Leon und Murat wachsen an Herausforderungen und werden so zu starken Persönlichkeiten. Sie kommen auch so zu besseren Leistungen. Diese Schule der Zukunft ist vielfältig. Es gibt kein Einheitsmodell von Nürteldorf aus verordnet, sondern die Schulentwicklung im Kreis Steinfuhl wird anders verlaufen als die in Aachen. Und sogar die Schule im Essener Süden braucht andere Unterstützung als die im Essener Norden, für die, die nicht aus Nordrhein-Westfalen sind. Der Urschnellwicht, der W1, der auch verstopft ist, da sind die Grenzwerte. Was da drunter ist, ist auch besser situiert und was da drüber ist, das sind Viertel wie diese hier im Norden des Ruhrgebietes. Da gibt es unterschiedliche Sozialräume und deshalb müssen wir Schulen unterschiedlich ausstatten und sie werden auch unterschiedlich arbeiten. Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die Schule der Zukunft ist gerecht. Schemm hat es schon gesagt, Deutschland ist trauriger Spitzenreiter in der sozialen Explosion. Kinder mit Behinderung und soziale Benachteiligung sind außen vor. Das ist beschämend für uns und unser Bildungssystem und das müssen und das werden wir ändern. Applaus